Liebe Genossen, Sozialdemokratinnen und Gewerkschaften haben vor 130 Jahren in harten politischen Auseinandersetzungen kürzere Arbeitszeiten erkämpft. Heute sind dank ÖVP und FPÖ wieder zwölf Stunden Tage möglich. Das ist ganz klar die falsche Richtung. Die Beschäftigten brauchen Entlastungen und nicht weiteren Druck. Ganz besonders heuer sehen wir, wer die wirklichen Heldinnen und Helden der Arbeit sind und was sie für uns alle für die Gesellschaft insgesamt leisten. Im Gesundheits- und Sozialwesen, im Handel, in der Kinderbetreuung und die Liste ist noch sehr, sehr lang.